Vor allem in die Tagesordnung gibt es eine Erweiterung. Ich teile die aus. Zu einem öffentlichen Teil geht es darum, dass das Thema Lutz ein Wendetwort zur Literatur wurde. Dementsprechend müssen wir uns so aufstehen und drühen. Wenn Sie damit einverstanden sind, sind Sie Zeit mit der Hand zu bilden. Für Wann sind wir die Erweiterung? Dankeschön. Ich bitte auch einen Antrag zur Tagesordnung. Und zwar ich bitte darum den Antrag, den Umsatzbeschluss Sportplatz, wie er im nicht öffentlichen Teil beschrieben ist, und den Tagesordnungspunkt Bürgerwünsche unterdrückt sich damit, dass man die zwei Namen in den vorkommenden Schwärz in den öffentlichen Teil verschickt hat. Ja, gut. Wir haben uns dazu natürlich auch bekannt gebraucht. Es ist ein bisschen besser, wenn wir die nicht öffentlichen Teil, die zwei Tagesordnungspunkte, vor allem bei den Einerletzern, was den Grundsatzbeschluss Sportzentrum anlangt, nachdem Sie ja immer wieder begehrt, dass alle Unterlagen vorher draußen müssen, und wie können Unterlagen gehabt haben, vor dem Staat zu diesem Tagesordnungspunkt, und wir uns natürlich auch dementsprechend bedanken machen, wie unsere Position zu diesem Tagesordnungspunkt ist. Und aus dem Grund werden wir dagegen stimmen, dass wir diesen Tagesordnungspunkt in den öffentlichen Teil ausnehmen. Wir können gerne mit den Teil darüber diskutieren, aber dementsprechend werden wir auch dem Antrag zustimmen. Ich möchte zwei Dinge dazu anmerken, die Sie haben mir bewusst. Erstens die Erweiterung, die wir heute wieder beschossen haben, haben wir auch vorher keine Unterlagen gehabt. Und zweitens ging es bei diesem Punkt nur darum, um etwas, was du bereits auch schon, weil Sie mir vorhin gesagt beantwortet haben, in der Bürgerversammlung sogar offen Grund getan hast. Also, Sie werden nichts irgendwer überraschen, würde ich drinnen. Ja, also, unsere Position ist klar, die ändert sich dessen auch nicht. Der Teil mit Bürgerwünsche, wir haben das auch bei der Vorstandssitzung schon erwähnt, es gibt auch einige Teile drinnen, die den Datenschutz betreffen. Und dazu möchte ich noch anmerken, auch was die Bürgerwünsche annahmt, weil du ja beim Kind da hast, dass das seit 25. März, April diesen Jahres sozusagen Bürgerwünsche bestehen, die, als ich gesagt habe, so 90 Prozent der Verwaltung betreten würden. Und wenn du das direkt an die zwischenliche Erteilung in der Gemeinde richten würdest, diese Bürgerwünsche, dann könnten diese Sachen sofort erledigt werden. Also, die sind ja die meisten sowieso schon erledigt worden. Und wenn es jetzt auch hier umgesetzt werden sollen, dann ist es schön, dass du dich für deine Bürger einsetzt, aber es wäre gut, wenn du nachher dann der Raschalkauer nachher dementsprechend zu der zuständigen Abteilung gehst. Meistens ist es die Bauamtabteilung, die damit befasst werden soll, und die kann das dann auch umsetzen. Und ich sage einmal, dass man darüber auch noch einen eigenen Tagesordnungspunkt machen soll, die jetzt auch, ja, sei mal dahingestellt. Aber, wie gesagt, wir werden... Deswegen haben wir am 25. März schon beantragt, den ersten Teil, und wir können nichts dafür leider, dass der Julika-Gemeinsatzsitzende gegeben hat. Das muss ja auch passieren. Gut. Ich stimme jetzt auch einen Zusatzantrag. Nein, es gibt keine Zusatzanträge, die gibt es ja. Du kannst einen Antrag stellen. Aber wir stimmen jetzt zuerst einmal über den Antrag von Stefan ab, und du kannst noch einen Zusatzantrag stellen. Wir stimmen jetzt zuerst einmal. Bitte. Der andere Tagesordnungspunkt, der Tagesordnungspunkt, oder der Tagesordnungspunkt, oder der Tagesordnungspunkt, Bürgerwünsche, die ebenfalls von nicht-öffentlichen und öffentlichen Teilen übernommen werden sollen, stellt der Herr Schleswig-Helmer ebenso den Antrag. Wer dafür ist, dass das Gemachricht bitte anzeigen, der zustimmen? Denkstimmen? Das sieht jetzt aus, dass der Antrag stellen. Nein, meine Damen und Herren. Das ist ein Punkt 18, Öko-Energifrag im Bach, der erstaunt wird, welche Generalitärsrichtung in einer Versammlung auch besprochen wird. Es wird jetzt einige Zusatzinformationen gibt, dass der Generalitärsrichtung teilgesetzt wird, insbesondere bei der Hauptverrecher, die Steiermark, das Projektbetreiber, die wir sind, für das sie nicht alle verlegenheitlich sind. Gut. Ich habe so den Antrag gehört, von Herrn Freiträger, der dafür ist, dass es im öffentlichen Teil kommt, die Vorzeiten der Zustimmung. Gegenprobe. Ich habe bei euch den Fraktionsfirmen Informationen dazu geschickt, also rechtzeitig. Mehr Informationen als wir bekommen. Wir haben im Vorfeld auch gesprochen, auch mit der NRT Steiermark, und das ist auch vorgestellt worden, worin die Position auch ist. Und dass es dementsprechend aber dann so sich darstellt, dass eben keine Information mehr benötigt wird, diesbezüglich. Und es wird es eben nicht öffentliche Teilnahme auf unserer Abstimmung geben werden. Wenn es zu einer Abstimmung kommt, das wird hauptsächlich einmal von den Daten werden, wie wir jetzt mit der Situation, wie wir mit der Situation ungefähr, weil es ja doch einsprüchlich ist, und dementsprechend ist es einmal vollständig, dass wir die Teilnahme auch im Datenschutzrechtlichen zu stellen haben. Und es ist aber dann nicht öffentliche Teilnahme beratet, wenn es später noch beratet wird. Dann stelle ich noch einmal einen weiteren Antrag, zwei Daten in die Erweiterung, dass wir nicht den gesamten Teil 2018, sondern dass wir einen Gestein auf die Möglichkeit bieten. Dies ist ein Teil der Präsentation, den ich euch geschickt habe, wo ihr vermutlich nicht alle Details bescheiden wisst, den Teil mehr dazu nicht darlegen könnt. Entschuldige, ich schütze sich nicht. Kann ich jetzt kurz... Das ist verständlich, ich bin heute auch schon wieder. Ich habe euch eine Präsentation geschickt, wo ungefähr das zusammengefasst ist, was die Energie Steiermark uns, der Gemeinde reden, aber auch den Professoren nicht teilen möchte. Und mein Antrag ist, dass die Energie Steiermark die Möglichkeit hat, diese Präsentation zu erklären. Weil ich vermute, ich verwiese von mir auf euch, dass nicht alle Details Bescheid wissen, die aber trotzdem wichtig sind, aber auch die der Öffentlichkeit nicht wichtig sind. Ich schließe von Sie an. Gut. Ihr habt den weiteren Antrag von und wer uns weiter gehört, ja, für den Antragsstunden bitte erzählen wieder Zustimmung. Gegenprobe. Ich schließe mich jetzt auch nix dagegen. Ich glaube, das ist Loka. Ja, das ist Loka. Ja, das ist Loka. Der Herr Feil war zum Polizieren. Ich schließe mich. Der hat den ersten Abend noch offen, also das war der zweite, er stand noch nicht. Der erste ist schon abgestimmt worden, der erste ist schon abgestimmt worden. Ich passe ein bisschen auf. Ich bin über müde, aber ich passe auf. Gut. Wir sind in der Tagesordnung, erster Tagesordnungspunknehmigung, der Fertigung des Sitzungsprotokolles am 14.07.2014. Es hat einen Einspruch heute gegeben, um 13.44, der Herr Stefan Helmreich begehrt. Da die Einsprüche zum 15.2014 nur als Projektion erwähnt werden, die inhaltlich nicht angeführt sind, ist auch dieses Protokoll für uns nicht zu akzeptieren. Gut. Ich stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge den Einspruch zum Protokoll vom 14.07.2014.2014, die Projekte der Einsprüche vom 15.2014 anzuführen, nicht zuzustimmen. Wer damit einverstanden ist, ist der Tempel der Zustimmung. Tempelprobe. Gut. Weiter stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge das Protokoll vom 14.07.2014 in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, ist der Tempel der Zustimmung. Tempelprobe. Nachdem. Tagesordnungspunkt 2. Ich würde auf die Schritte für die Alternativationen bitten, das Protokoll zum Unterzeichnen. Gut. Vielen Dank. 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 Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.